Die Frohbotschaft verkündet das Model in ihrer Insta-Story. Blessed, schreibt zwar Nebel zu dem Foto auf dem ihr frisch geborener Babysohn ihren Finger hält. Auf Instagram enthülle die zweifach Mama nun auf den ungewöhnlichen Namen ihres zweiten Sohnes, Ari. Zu einem zuckersüßen Foto von ihrem Sohn Anaka und dem Neugeborenen schreibt sie, diese beiden sind die wertvollsten Geschenke, die mir das Leben gegeben hat. Ich habe so ein Glück, ihre Mutter zu sein und sie durch das Leben zu führen. Jetzt haben sie auch ein Landjahr. Anaka und Ari. Das südafrikanische Model hat Hermann Nicoli schon mit zarten 17 Jahren in Paris kennen und lieben gelernt. Seitdem sind die beiden Schönheiten unzerkrennlich. Im Oktober 2016 gründete Söhnchen Anaka, eins, zum ersten Mal ihr Liebestluck. Im Dezember letzten Jahres verkündete Candice dann mit einem wunderschönen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account, dass sie ihr Victoria Secret mit, das, Victoria Secret, Model ist zum zweiten Mal schwanger, zweites Kind erwartet. Mit einem zuckersüßen Video lüftete sie dann im Januar das Geheimnis des Babygeschlechts. Das Model bekommt einen zweiten Sohn und Anaka kann es gar nicht abwarten, bald einen Spielkameraden zu haben. Unsere Video-Empfehlung zum Thema.